Guten Morgen! Wir kennen alle die normale Art zu kommunizieren. Heute möchte ich euch ein Tool vorstellen, ein Werkzeug, wie man seine Kommunikation mit anderen, entweder im Zwiegespräch oder in der Gruppe, viel produktiver gestalten kann und wie man ausgehend dieser Unterredung wachsen kann und in neue Dimensionen seiner Persönlichkeitsentwicklung vorstoßen kann. Und sowas nennt sich Talking Circle. Einige von euch kennen diesen Begriff vielleicht schon, zum Beispiel ist er bei den Rainbow Gatherings immer ein zentraler Bestandteil dieser Treffen, aber auch so in kreisen, in spirituellen Kreisen oder in politischen Kreisen gibt es auch solche Talking Circles. Und ich möchte euch das Prinzip vorstellen, wie sowas funktioniert, was meine Erfahrungen damit sind und warum das halt eine Sache ist, wo man seine Kommunikation auf ein neues Level heben kann. Also ein Talking Circle besteht aus mindestens zwei Menschen, die einen sozusagen Redekreis bilden. Talking Circle heißt ja sowas wie Redekreis. Und diese Menschen ordnen sich dann auch in einem Kreis an, je nachdem wie viele Menschen das sind. Ich habe schon Talking Circles erlebt mit über 40, 50 Leuten. Das funktioniert auch, hat aber eine ganz andere Dynamik als so ein Talking Circle, wenn es jetzt 5 bis 8 Leute sind. Man setzt sich also in einem Kreis hin, schafft dann eine entspannte, sichere Atmosphäre, das heißt zum Beispiel um ein Lagerfeuer und in der Wohnung und einfach, dass man sich halbwegs wohl fühlt. Und idealerweise ist es auch so, dass die Schlafgelegenheit nicht allzu weit entfernt ist. Also entweder, dass er irgendwo zu einem Zelt ist oder dass man sich in der Wohnung hinlegen kann und schlafen geht. Also dass man wirklich einfach keine Sicherheitsbedenken hat und dass man sich einfach wohl fühlt, dass man offen ist. Und dass man auch wirklich gerade hinsichtlich der Tatsache, dass man, dass viele Menschen vor dem Zu-Bett-Gehen als Phase des Zuruhe-Kommens häufiger offener sind, was ihre Gedanken angeht, als zum Beispiel morgens oder tagsüber. Deswegen machen sich solche Talking Circles ganz gut, wenn sie vor dem Zu-Bett-Gehen absolviert werden. Also, das sind die Grundvoraussetzungen. Dann gibt es so einen Talking Stick. Das ist, deutsches Synonym könnte man sagen, einen Redestab. Dieser Redestab kann alles Mögliche sein. Das kann ein Handy sein. Das kann einfach wirklich ein Stock sein. Irgendetwas gut Sichtbares, was man dann einfach weitergibt. Das kann ein Löffel sein. Nehmen wir hier zum Beispiel zum Löffel. Das wäre jetzt der Talking Stick. Und derjenige, der den Talking Stick hat, das ist derjenige, der reden kann. Und man kann freie Talking Circles machen, wo gar keine Themen vorgegeben sind, sondern wo man einfach das redet, was man auf dem Herzen hat. Und dann nimmt man den Talking Stick und fängt an zu reden. Und sagt, mich bedrückt heute das und das Thema. Oder ich habe mich heute daran erfreut, dass dieses und jenes passiert ist. Oder ich stelle mir die Frage, warum sind die Zusammenhänge, wie sie sind. Und solche Dinge kann man dann ansprechen. Und man kann so lange reden, wie man möchte. Und wenn man fertig ist mit Reden, gibt man den Talking Stick einfach weiter. Es gibt da auch gewisse Regularien, ob das links oder nach rechts gegeben wird, aber das halte ich nicht für essentiell. Gerade in spirituellen Kreisen wird aus einer gewissen Energie zugeordnet. Halte ich gar nichts davon. Spüre ich auch nicht, ob das nach rechts oder links geht. Und von daher halte ich das im Bereich der Esoterik an. Das heißt, man gibt ihn einfach weiter. Zum Beispiel jetzt in Richtung des Uhrzeigesinns. Gibt ihn weiter. Dann nimmt der Nächste den Stick und redet. Und er kann natürlich darauf Bezug nehmen, was der vorher gesagt hat. Er kann auch etwas ganz anderes sagen. Oder es wird ein Thema behandelt und er spricht zu dem Thema und stellt seine Sichtweise dann dar. So geht das immer weiter. Das bedeutet, in unserer normalen Kommunikation, wenn jemand was sagt, dann reagiert man ja sofort darauf und sagt, hey, das und das und das und das und das. So sehe ich das. Wir hören oft zu, um zu antworten und wir hören nicht zu, um zuzuhören. In einem Talking Circle können wir nicht zuhören. Denn da gibt es nichts außer das Zuhören und wenn man an der Reihe ist, kann man reden. Und da entstehen viele Prozesse, wenn man eben nicht antworten kann. Das ist ähnlich wie ich damals bei meinem Schweigeretreat. Ich habe mir drei Monate denn nichts gesagt. Und dort habe ich auch gelernt zuzuhören. Und beim Talking Circle ist das eben so. Jemand sagt was und man möchte sofort darauf reagieren und denkt, das ist so unglaublich wichtig, dass ich das jetzt sage. Das ist unsere normale Kommunikation. Zuhören, um zu antworten. Aber man ist nicht dran. Man kann nicht antworten. Und so denkt man in erster Instanz, wenn ich dann den Stick bekomme, dann sage ich dem das. So. Und so langsam wird diese unglaubliche Priorität und das Wichtige, dass wir etwas sagen wollen, wird aufgelöst. Manchmal ist es natürlich auch eine Sache, die bleibt, weil die wichtig ist. Aber man erkennt häufig, dass Dinge, der man eine unglaublich wichtige Priorität zugeordnet hat, so dass wir da ganz vehement dafür argumentieren müssen, dass diese langsam verschwindet. Und das ist entweder aus dem Grund, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern dass wir nur emotional berührt wurden, zum Beispiel durch eine Argumentation und dass wir dann gesagt haben, dass wir dann getriggert wurden und dass sich das einfach wieder beruhigt. Oder dass andere Menschen, die dann nach demjenigen gekommen sind oder derjenigen, die geredet hat, dass diese auch über das Thema geredet haben und dass für uns das Thema so ein bisschen geklärter wurde. Das heißt, dass wir mehr Argumente dafür gehört haben oder dagegen gehört haben und das Thema sich sozusagen uns einfach besser darstellt und dass wir erkennen, dass das, was wir gesagt haben, eigentlich gar nicht korrekt ist. Aus einem Erkenntnisprozess. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, quasi erstes und zweites zusammen, dass durch die Zeit, dass wir selber darüber nochmal reflektieren, also nicht, dass wir es vergessen, wie in dem ersten Punkt, das an Bedeutung verliert, auch nicht in dem zweiten Punkt, dass wir durch andere Argumente erkennen, dass unser Argument gar kein Argument ist oder dass es nicht wichtig ist, das zu sagen, sondern dass wir aufgrund der Zeit, die wir haben, bis das Dick wieder zu uns wandert, dass wir selber erkennen, dass das, was wir sagen wollten, eigentlich gar keinen Sinn macht. Das ist eine Form der Schulung. Der Schulung, dass man nicht sofort redet, sondern dass man erst mal nachdenkt, bevor man redet. Zumindest in der Phase, wo der Stick rumwandelt. Wenn man dann selber den Stick hat, dann gibt es Menschen, die trotzdem einfach dann viel, viel reden und dann auch beim Reden denken, aber in der anderen Zeit ist es eine Schulung der Demut. Es ist ein bewusstes Beobachten der Menschen. Menschen auch erkennen, wie andere Menschen denken, wie andere Menschen mit der Situation des Talking Circles gehen. Man nimmt tatsächlich auf. Man ist nicht so, es kommt was, man reagiert in diesen Modus, sondern man nimmt tatsächlich auf, man hört den Leuten zu. Und ein weiterer Punkt, der auch ein sehr wichtiger Punkt ist, man wird auch selber gehört. Es gibt Menschen, die sind nicht so durchsetzungsfähig. Das sind Menschen, die im Hintergrund sind oft schüchtern. Die haben auch eine leise Stimme und wenn die was sagen und zaghaft versuchen, irgendwas darzustellen, dann kommen dann Menschen, die ein sehr lautes Organ haben und die sofort reagieren und die zerschmettern die Argumente dann und so weiter. Und dann zieht er sich wieder zurück und dann kann er gar nicht das entwickeln, was er eigentlich entwickeln wollte. Weil er einfach nicht über diese sprachliche Dynamik verfügt. Aber in einem Talking Circle, wenn man den Stick hat, kann man leise und bestimmt reden mit aller Zeit, die man braucht und man wird gehört. Und das ist gerade für diese Menschen, das erlebe ich immer wieder in einem Talking Circle, erst gerade vor kurzem nach dem Rohkost-Potluck. Das hatten wir in meiner Wohnung in einem Talking Circle. Da kommen Menschen zu Wort, die sonst nicht so viel reden und er glaubt gar nicht, dass Menschen wie Menschen, die er gar nicht so wahrnimmt, wie diese Menschen plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen, wenn er ihnen den Raum und die Zeit gibt, sich zu entfalten. Und so ein Talking Circle, da er kann dies bewerkstelligen. Ihr werdet fasziniert sein. Und ich war fasziniert. Meine Erfahrung mit den Talking Circles ist jetzt ungefähr, ja, kann man sagen, so ein Jahr lang, wo ich das intensiv betreibe und daran teilnehme. und ich kann das nur jedem empfehlen. Und natürlich macht es nur Sinn, so einen Talking Circles zu machen, wenn man das auch respektiert, diese Regeln, dass man da tatsächlich nicht einfach reinquatscht oder sowas und wartet, bis der Stick weitergeht. Es gab auch Situationen, eine sehr emotionale Diskussion, wo Menschen tatsächlich dann, sozusagen, wo das kurzzeitig so war, dass man wirklich strenger geschlagen hat und hat einfach so reingebrüllt oder was gesagt und dann wird man von den anderen darauf hingewiesen und sagen, hier, respektiere das und dann realisiert man das auch wieder und dann geht es wieder zurück. Sowas kann natürlich passieren, wenn es aber auf Dauer passiert, dann können diese Menschen eben an so einem Talking Circle nicht mehr teilnehmen, weil das sehr wichtig ist, dass diese Regeln eingehalten werden. Und es gibt dann noch ein paar Rituale drumherum, die ich nicht so für wichtig achte, wie zum Beispiel, in welche Richtung das geht, dass der Talking Stick in irgendeiner Weise energetisch aufgeladen wird oder sowas, das kann man gerne machen und das verleiht dem vielleicht noch ein bisschen Ritualcharakter und da ist der ein oder andere noch empfänglicher, sich zu öffnen, das kann durchaus Sinn machen, aber das ist jetzt nicht zwangsweise notwendig. Was notwendig ist, ist die Grundregel, dass man halt einen Stick hat und nur wer den Stick hat, redet. Dann gibt es auch noch die Option, dass jemand sich melden kann, weil er direkt auf das was sagen möchte und da kann derjenige, der einen Stick hat, zu ihm sagen, bitte, du darfst jetzt reden. Aber das Problem ist, dass es Menschen gibt, die können nicht Nein sagen. Wenn jemand was sagt, obwohl das jetzt nicht gut wäre, dass sie unterbrochen werden, sagen sie trotzdem, ja okay, du willst was sagen, sag was. Von daher halte ich es für günstiger, dass man das nicht macht, sondern dass man wirklich einfach Reihe umgibt. Es ist eigentlich nie so dringend etwas, dass man nicht da erwarten kann, bis man an der Reihe ist. Und von daher, ja, dieses wollte ich euch heute gerne vorstellen. Wenn jemand dann müde ist und schlafen gehen möchte, dann wartet er meistens, bis er den Talking Stick hat und sagt, ich wollte euch nur sagen, ich möchte jetzt zu Bett gehen und verabschiede mich von euch und, ja, dann geht er dann hin und schläft. Und der Talking Circle geht halt so lange, bis zwei Menschen existieren, die halt eben noch was zu sagen haben. Oder er endet, wenn der Talking Stick einmal rumgegangen ist, keiner was gesagt hat, denn man muss natürlich nichts sagen. Wenn der Talking Stick zu einem kommt und man hat gerade keinen Gedanken und möchte auf nichts eingehen, möchte aber trotzdem noch in dem Talking Circle bleiben, gibt man den Stick einfach weiter. Und wenn das alle tun und der Stick wieder zu einem zurückkommt und keiner hat was gesagt, dann ist der Talking Circle beendet und jeder, der was auf dem Herzen hatte und der was reden wollte, konnte reden. Man hat zugehört, man hat ihm Raum gegeben, man hat eventuell darauf reagiert. Ja, und dann ist das Ritual beendet und die Welt ein Stück besser. Ich hoffe, ihr könnt diese Anregung mit in euren Alltag nehmen und vielleicht den ein oder anderen Talking Circle im Freundeskreis, im Familienkreis umsetzen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Erfahrung mit Talking Circles hattet, dann lasst es gerne unten in den Kommentaren da als Anregung vielleicht für andere, was man noch machen kann oder als Erfahrung. Und wenn ihr das nicht hattet und trotzdem eine Meinung dazu habt, auch hier bei YouTube gibt es die Möglichkeit, gehört zu werden, einfach einen Kommentar schreiben und dann können wir darüber reden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal.